Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, dies ist ein Tesafilm, äh, ein Test, ein Test, ein Testfilm mit einer Actioncam, ähm, und die ich als Stirnkamera trage und ich trage auch eine, ähm, eine Lampen, eine Stirnlampe, nicht wahr, damit man besser sehen kann, so ein Versuch, ne, und das Versuchsobjekt ist äh, sind meine Bücherregale, in denen sich unter anderem, äh, Bücher auch befinden, das sind, äh, keine Lebensmittel, das ist so ein, äh, Kunstwerk, ähm, ebenso natürlich, äh, äh, hier auch, äh, das ist keine Pizza, sondern das ist vom, äh, Büro für angewandten Realismus, und, äh, wie gesagt, gibt es da auch noch, äh, allerlei, äh, Bücher, äh, verschiedener Art, und, ähm, äh, mit verschiedenen Titeln, auch in verschiedenen Größen, wie man sieht, äh, ähm, natürlich sind hier auch von, äh, verschiedenen Autorinnen und Autoren geschrieben, meistens sogar von, äh, diesem Menschen selbst, genau, ja, und, ähm, man hat das dann, äh, auf Papier, äh, auf Papier gedruckt, und dieses Papier später zu, äh, 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 Bücher, äh, äh, zusammengestellt, und diese konnte man dann in, äh, äh, verschiedenen, äh, Geschäften, oder genauer gesagt, äh, Buchhandlungen, äh, folglich erwerben, oder in unseren modernen Seiten natürlich auch, äh, äh, per Internet, äh, äh, bestellen, ja, 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 genau, äh, äh, da sind auch noch, äh, auch noch Bücher, ne, auf anderen Orten gibt's Bücher, äh, ich gucke mal, ob ich hier auf Anhieb jetzt, ah ja, ja, hier möchte ich zum Beispiel, ja, hier sind auch noch, äh, verschiedenste Bücher, ne, zu sehen, einige haben mich auch doppelt, und sind auch Bücher normal, die, äh, gibt es gar nicht, und, äh, äh, und manches mehr, äh, ja, ja, hier haben wir noch ein bisschen was mit, äh, aus dem Bereich, äh, äh, Science Fiction und ähnliche und vermannte Bereiche, ja, und ich denke, jetzt, ähm, sollte man mal schauen, und, dass man den Knopf finden, ne, also den roten, äh, Knopf, äh, aber hier in diesem Falle, nur zum Ausschalten, äh, naja, äh, gut, also irgendwo ist er, ne, mal gucken, äh, ja, wo ist er denn, äh, 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 äh